Gütersloh ist eine Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen, Landessteil-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold. Gütersloh ist Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und hat mit rund 96.000 Einwohnern den Status einer großen Kreisangehörigen Stadt. Zusammen mit dem etwa 20 Kilometer entfernten Bielefeld sowie dem Raum hervorzieht sie zu den Verdichtungsräumen Deutschlands. Geografie Gütersloh liegt südwestlich des Teutoburger Waldes am nordöstlichen Rand der westfälischen Bucht in der Ems-San-Debene. Nach dem Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands wird die naturräumliche Grundeinheit die Gütersloher Sandhebene, den Ostmünsterländer Sanden innerhalb der Ems-San-Debene zugeordnet. Das Stadtgebiet weist keine nennenswerten Erhebungen auf. Der niedrigste Punkt liegt mit 64 Meter Ü, nn in den Ems-Niederungen in der Nähe des Gütersloher Flughafens. Der höchste Punkt mit 105 Meter Ü, nn im Osten des Stadtteils Friedrichsdorf. Im Grenzbereich zu Reda-Wiedenbrück erstreckt sich mit dem Reda-Forst ein größeres Waldgebiet überwiegend mit Nadelbäumen. Große Flächen haben darüber hinaus parkähnlichen Charakter. Die Dahlke durchfließt die Stadt von Osten nach Westen, durchquert dabei den Stadtpark sowie die Innenstadt und mündet unweit der Stadtgrenze in die Ems. Zuvor nimmt die Dahlke in der Nähe der Neuen Mühle im Stadtteil Pavenstedt den Wapelbach auf. Durch den nordöstlich der Kernstadt liegenden Stadtteil Isselhorst fließt die Luther, die bei Hasewinkel ebenfalls in die Ems mündet. Geologie im Stadtgebiet herrschen saure, nährstoffarme Pottsolböden vor, die aus Ablagerungen während des Quartiers einerseits aus glacialem Schmelzwasser und andererseits durch Flusssedimente hervorgegangen sind. Stellenweise sind die Ablagerungen von Flugsanden überdeckt und bilden Pottsol-Regosolböden. Solche Böden lassen sich zum Beispiel im Reda-Forst finden. Insgesamt ist das Stadtgebiet also von einem unfruchtbaren, fein- bis mittelsandigen Boden geprägt. Gütersloh eignet sich mittelmäßig bis gut, in einigen nordöstlichen Lagen sehr gut zur Nutzung von geothermischen Wärmequellen mittels Erdwärmesonde und Wärmegewinnung durch Wärmepumpe. Die Gesamtfläche der Stadt Gütersloh beträgt 111,99 Quadratkilometer. Die größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung beträgt etwa 13,5 Kilometer, in Ost-West-Richtung etwa 15 Kilometer. Die Nutzung der Landfläche teilt sich zu je etwa einem Drittel auf Weidenwiesenäcker und Siedlungsflächen auf. Die Verbleibenden 8% entfallen auf Wälder. Im Zeitraum von 1975 bis 2005 wurden etwa 8 Kilometer Quadratfläche versiegelt, hauptsächlich zu Lasten von landwirtschaftlicher Fläche. Die Stadtgliederung zur Stadt gehören neben dem amtlichen Stadtteil Gütersloh die 7 bis 1969 selbstständigen Gemeinden in Wünwerde, Erbesloh, Friedrichsdorf, Hallen, Iselhorst, Niehorst und Speckert, die im Rahmen der nordrhein-westfälischen Kommunalreform eingegliedert wurden. Darüber hinaus leben im Bewusstsein der Gütersloh-Herr-Bevölkerung die bereits 1910 eingemeindeten fünf alten Bauerschaften innerhalb des amtlichen Stadtteils Gütersloh, Blankenhagen, Kartenstroth, Nordhorn, Pavenstedt und Sundern, fort beispielsweise durch entsprechende Schützen, Heimat- oder Bürgervereine. Eine Ausnahme ist ein Teil des Flughafengeländes das im Bewusstsein der Bevölkerung eher zum benachbarten Pavenstedt gerechnet, aber von der Stadt Gütersloh als eigener umgangssprachlicher Stadtteil ausgewiesen wird. Gütersloh grenzt an sieben Städte und Gemeinden, im Norden an Steinhagen, im Nordosten an Bielefeld, im Osten an Werl, im Südosten an Riedberg, im Südwesten an Riederwiedenbrück, im Westen an Herzebrocklerholz und im Nordwesten an Hasewinkel. Mit Ausnahme der kreisfreien Stadt Bielefeld liegen alle diese Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh. Klima Gütersloh gehört der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas an. Es liegt im Bereich des subatlantischen Seeklimas. Die Winter sind unter atlantischem Einfluss meist mild und die Sommer mäßig warm. Im langjährigen Mittel von 1961 bis 1990 betrug die Jahrestemperatur in Gütersloh 9,2 Grad Celsius. Damit ist das Klima in Gütersloh wärmer als im deutschen Mittel. Der wärmste Monat ist der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 17,2 Grad Celsius. Der kälteste Monat der Januar mit 1,3 Grad Celsius. Durch die Lage im subatlantischen Seeklima herrscht ganzjährig ein humides Klima mit relativ gleich verteilten Niederschlägen vor. Insgesamt fallen im langjährigen Mittel an der Station Flughafen 762 mm Niederschlag je Jahr, an der Innenstadt nah gelegenen Station Wasserwerk 734 mm Niederschlag. Somit fällt mehr Niederschlag als im deutschen Mittel, allerdings deutlich weniger Niederschlag als an den Südwesthängen des angrenzenden Teutoburger Waldes, wo aufgrund von Steigungsregen bis zu 1200 mm Niederschlag je Jahr fallen. Siehe auch, Klima in Ostwestfalen-Lippe-Geschichte Eines der ältesten Zeugnisse menschlicher Besiedlung in Gütersloh ist der Pavenstädter Riesenbecher, der auf das 17. Jahrhundert vor Christus datiert wird. Der Becher aus gelbem, grob gemagertem, brüchig-mürbelm Ton ist 40 cm hoch und fast 12 Liter. Der Riesenbecher wurde 1951 in Pavenstädt im Mündungsgebiet von Dahlke und Wapel gefunden und befindet sich heute im LWL-Museum für Archäologie in Herne. Die Ortschaft Gütersloh wurde erstmals im Jahr 1184 in einer Urkunde des Bischofs von Osnabrück erwähnt. Heute zum Stadtgebiet gehörende Orte und Stadtteile wurden z.T. wesentlich früher erstmals erwähnt. Isselhorst bereits im Jahr 1050, Speckert, Pavenstädt und Nordhorn im Jahr 1088, Ebisloh im Jahr 1151. Das heutige Stadtgebiet Güterslohs gehörte im 16. Jahrhundert zu fünf historischen Territorien. Der Herrschaft Reda, zu der das Dorf Gütersloh selbst gehörte, dem Fürstbistum Osnabrück, der Grafschaft Riedberg, der Grafschaft Ravensberg und dem Fürstbistum Münster. Ab 1524 entstand zwischen der Herrschaft Reda unter Graf Konrad von Tecklenburg-Schwerin und dem Fürstbistum Osnabrück ein offener Machtkampf um die Grenzen und Rechte der Herrschaft Reda. Das von Wiedenbrück aus verwaltete Amt Reckenberg des Fürstbistums Osnabrück war durch seine geografische Lage als Exklave ohne direkte Anbindung an. Das Fürstbistum militärisch schwach und leistete gegen die Territorialansprüche des Grafen anfänglich kaum Widerstand, sodass die Herren von Reda im Kirchspiel Gütersloh erheblich an Einfluss gewannen. Nach dem Tod des Grafen 1557 wurden im Bielefelder Rezess 1565 bzw. im Wiedenbrücker Vertrag vom 9. Juni 1565 die Streitigkeiten beigelegt und die Grenzen neu festgelegt. Die Bauerschaften Blankenhagen, Pavenstedt und Nordhorn einschließlich der noch nicht selbstständigen Bauerschaft sondern vielen an die Herrschaft Reda, die Bauerschaften Invenwede, Kartenstroth und Speckert verblieben beim Fürstbistum Osnabrück. Im Siebenjährigen Krieg bezog 1757 der französische Marschall des Tries Quartier in der Nähe von Gütersloh. Am 1. Juli 1758 besiegten in einem Gefecht bei Gütersloh fünf preußische Husaren Schwadronen unter Nazinski zwei französische Husarenregimenter. 1803 wurde das Fürstbistum Osnabrück und damit Invenwede, Kartenstroth und Speckert nach dem Reichsdeputationshauptschluss dem Kurfürstentum Hannover zugeschlagen, das wiederum 1806 an Preußen fiel. Nach dem Sieg Napoleons über Preußen gehörte dieser Teil des heutigen Stadtgebiets ab 1807 zum Kanton Wiedenbrück im Distrikt Paderborn des Departments der Fulda im Königreich Westfalen. Die Herrschaft Reda kam 1808 in das Großherzogtum Berg. Die Grenze zwischen dem Königreich Westfalen und dem Großherzogtum Berg im heutigen Innenstadtgebiet von Gütersloh war die Dahlke. 1815 fielen sowohl das frühere Amt Reckenberg als auch die Herrschaft Reda und damit auch Gütersloh selbst endgültig an Preußen. Am 14. November 1825 verlieh König Friedrich Wilhelm III. von Preußen in einer Kabinettsorder Gütersloh die Stadtrechte. Die Einführung der Ratsverfassung erfolgte erst mit der Annahme der Städteordnung im Jahre 1842. Die Bauerschaften Blankenhagen, Nordhorn, Pavenstedt und Sundern, die bis dahin mit der Stadt eine einheitliche Gemeinde gebildet hatten, schieden als neue Gemeinde Gütersloh-Land aus der gemeinsamen Verwaltung aus. Am 12. Januar 1844 erhielt der Ort vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. ein Stadt Wappen. Im Jahr 1847 erhielt Gütersloh Anschluss an die Stammstrecke der Köln-Main-Däner Eisenbahngesellschaft und der Bahnhof wurde eröffnet. Die beginnende Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts und die verkehrsgünstige Lage direkt an der Eisenbahnstrecke führten zur Ansiedelung bedeutender Unternehmen und zu einem starken Wachstum der Stadt. Der steigende Waren- und Personenverkehr erforderte den Ausbau des Straßennetzes. 1877 bis 1879 entstanden zunächst die Chaussee nach Marienfeld, 1879 bis 1882 die Verbindung in Richtung Brockhagen, 1881 bis 1883 die Chaussee nach Werl und Neunkirchen und 1902 bis 1903 die Verbindung nach Friedrichsdorf. Die 1899 mit finanzieller Beteiligung der Stadt Gütersloh gegründete Teutoburger Waldeisenbahngesellschaft eröffnete zwischen 1900 und 1903 die Nebenbahnstrecke Ebenbüren-Lengerich-Gütersloh-Hövelhof. 1907 verlegte die Firma Miele ihren Sitz von Herzebrock nach Gütersloh. 1851 nahm das evangelisch-stiftische Gymnasium seine Tätigkeit auf. 1861 wurde die evangelische Martin-Luther-Kirche nach Plänen des Barmer Architekten Christian Heiden fertiggestellt. 1862 eröffnete das Gaswerk 1864 Dekasekunden-Rathaus 1868 die Brauerei und 1885 Dekasekunden-Kaiserliche Postamt. Am 15. Oktober 1890 weite der Paderborner Weihbischof Augustinus Gockel die katholische Sankt-Pankratius-Kirche. 1871 gründete Johannes Kulo den Gymnasialposaunen-Kurr Gütersloh. Während der Novemberpogrome 1938 fand die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Gütersloh einen Höhepunkt. So wurden drei Wohnhäuser und die Synagoge abgebrannt sowie zwei Häuser verwüstet. Ab 1941 wurde die jüdische Bevölkerung in die Konzentrationslager verschleppt, 27 Menschen starben. Lebten 1932 noch 67 Personen jüdischen Glaubens in der Stadt, so waren es 1943 keine mehr. Nach 1945 entstand in Gütersloh keine jüdische Gemeinde mehr. In der psychiatrischen Provinzialheilanstalt Gütersloh wurden zwischen 1940 und 1943 darüber hinaus insgesamt 1017 Patienten im Rahmen der Nationalsozialistischen Euthanasie-Programme Aktion T4 und Aktion Brand in Tötungsanstalten wie Hadamar deportiert. Nur 220 von ihnen überlebten. Zwischen 1939 und 1945 waren in den Betrieben und Haushalten der Stadt etwa 3.800 Ausländer zur Zwangsarbeit verpflichtet, 156 von ihnen starben. Die Wehrmacht besaß in der Stadt zwischen 1935 und 1945 zwei Einrichtungen, den Flughafen Gütersloh und eine Luftnachrichten-Kaserne. Die NSDAP und ihre Gliederungen hatten in Gütersloh 14 Dienststellen eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg war Gütersloh ab 1940 die K-Sekunden zielalliierter Luftangriffe. Mehrere hundert Menschen starben, etwa 25 Prozent der Gebäude wurde zerstört. Am 1. April 1945 besetzten US-amerikanische Truppen die Stadt. Im August 1945 wurden die Stadt und der Flughafen an die britische Rheinarmee übergeben, die dort eine Garnison einrichtete. Am 1. Januar 1973 erhielt Gütersloh mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Bielefeld den Status einer Kreisstadt Einen Rundgang durch etwa 800 Jahre Gütersloh-Herrgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Infrastrukturerentwicklung bietet das Stadtmuseum Gütersloh. Das Museum wurde 1986 mit den Abteilungen zur Industrie- und Medizingeschichte eröffnet und 1997 um Aspekte der Stadtgeschichte erweitert. Gütersloh lag im Einflussbereich der Ravensberger Erweckungsbewegung und war daher über lange Jahre stark protestantisch-pietistisch geprägt. Aus Gütersloh stammen der Missionar Peter Heinrich Brinker und die Theologen Hans Schöttler und August Hermann Franke. In Gütersloh wirkten der Pietisten-General Johann Heinrich Volkening und der Posaunen-General Johannes Kulow, der 1871 den Gymnasial-Posaunen-Chor Gütersloh gründete. Mitte des 19. Jahrhunderts galt die Gütersloh-Herrgemeinde im Umland als ein leuchtendes Vorbild an Frömmigkeit, sodass das Dorf auch Nazareth genannt wurde. Die Gründung des evangelisch-stiftischen Gymnasiums 1851 und die Verlagstätigkeit des C. Bertelsmann Verlags, der ab 1835 Kirchenlieder und theologische Schriften druckte, stärkten diesen Ruf. Der Anteil der Katholiken in Gütersloh machte bis zur Eingemeindung der ehemaligen Bauerschaften 1910 nur zwischen 10 und 15 Prozent aus. Noch 1950 waren nur rund ein Drittel der Gütersloh-Herr katholisch. Heute ist das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken nahezu ausgeglichen. Im Jahr 2000 waren von den 95.434 Einwohnern 34.419 evangelisch, 34.291 katholisch und 26.773 gehörten anderen Religionen an oder waren konfessionslos. Da Gütersloh eine Hochburg der in Deutschland lebenden Aramäer und Assyrer ist, wohnen in der Stadt relativ viele syrisch-orthodoxe Christen. So gibt es mit Sankt Lukas, Sankt Maria und Sankt Stepanus gleich drei syrisch-orthodoxe Gemeinden. Eines von drei islamischen Gemeindezentren im Stadtgebiet ist die Selimie Moschee. Seit 1949 existiert eine Baptistengemeinde im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, deren Mitgliederzahl für 2015 mit 210 Mitgliedern angegeben wird. Ebenfalls zum BEFG gehört eine Brüdergemeinde im Stadtteil Ewenwede. Die jüdische Gemeinde hatte zwischen 1820 und 1900 stets etwas weniger als 100 Mitglieder, was einem Anteil zwischen 4,3% im Jahr 1820 und 1,2% im Jahr 1900 an der Gesamtbevölkerung entspricht. Ab dem Jahr 1900 nahm die Zahl der Gemeindemitglieder kontinuierlich ab. Bei Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 lebten noch 62 Juden in der Stadt, bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 noch 35. Ab 1943 keine mehr. Nach dem Krieg entstand in Gütersloh keine jüdische Gemeinde mehr. Einer der wenigen Plätze im Stadtgebiet, an dem das jüdische Gemeindeleben der Vergangenheit sichtbar wird, ist der neue jüdische Friedhof. Im Jahr 1868 wurde ein kleiner, unbewohnter Teil der Gemeinde Güterslohland in die Stadt Gütersloh eingemeindet. Am 1. April 1910 erfolgte die vollständige Eingemeindung von Güterslohland. Ebenfalls eingemeindet wurde zu diesem Zeitpunkt die Ortschaft Kartenstroth aus der Gemeinde Kartenstroth-Speckert, die daraufhin in Speckert umbenannt wurde. Am 1. April 1939 und am 1. Dezember 1943 folgten zwei Umgemeindungen kleinerer bewohnter Teile der Gemeinden Marienfeld und Herzebrock in die Stadt Gütersloh. Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Gebietsreform wurden am 1. Januar 1970 durch zwei des Gesetzes zur Neugliederung des Kreises Wiedenbrück und von Teilen des Kreises Bielefeld vom 4. Dezember 1969 die drei Gemeinden Invenwedde, Friedrichsdorf und Speckert aus dem Amt Invenwedde, die vier Gemeinden Erbesloh, Halen, Isselhorst und Niehorst aus dem Amt Brackwede sowie kleinere Teile der Gemeinden Herzebrock, Nordreda Ems, Ummeln, Warensell und Werl in die Stadt Gütersloh eingegliedert. Das Amt Invenwedde wurde aufgelöst, rechts Nachfolgerin ist die Stadt Gütersloh. Am 1. Januar 1973 kam es in Gütersloh im Zuge der Umsetzung des Bielefeldgesetzes noch zu einem kleineren Gebietszuwachs, als ein Teil der Gemeinde Senni mit damals etwa 370 Einwohnern eingegliedert wurde. Einwohnerentwicklung im Mittelalter war Gütersloh nur ein kleines Dorf mit wenigen Dutzend Einwohnern. Auch am Beginn der Neuzeit hatte der Ort nur einige hundert Bewohner. Erst mit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert setzte in der Stadt ein stärkeres Bevölkerungswachstum ein. Lebten 1830 erst 2844 Menschen in der Stadt, so waren es 1939 bereits rund 33.000. Danach wuchs die Bevölkerungszahl weiter. Am 31. Dezember 2011 betrug die amtliche Einwohnerzahl für Gütersloh nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 97.127, sind deshalb in dieser Statistik nicht enthalten. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bei den Zahlen handelt es sich vor 1818 meist um Schätzungen, bis 1970 meist und für 1987 um Volkszählungsergebnisse und für 1965 und ab 1975 um amtliche Fortschreibungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Die Zahlen von 1975 bis 1985 sind geschätzte Werte, die Zahlen ab 1990 Fortschreibungen auf Basis der Ergebnisse der Volkszählung von 1987. Die Angaben beziehen sich ab 1871 sowie für 1946 auf die ortsanwesende Bevölkerung, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1985 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurden die Einwohnerzahlen nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. Mit 97.699 Einwohnern ist Gütersloh nach Bielefeld und Paderborn die drittgrößte Stadt im Regierungsbezirk Detmold. Im deutschlandweiten Vergleich liegt die Stadt auf dem 84. Rang der einwohnerreichsten Städte in Nordrhein-Westfalen auf dem 30. Rang. Der Ausländer- und Migrantenanteil übersteigt mit 11,9% den gesamtstädtischen Durchschnitt. Der Ausländer- und Migrantenanteil an der Bevölkerung betrug vor den Flüchtlingszuweisungen ab Ende 2015 rund 11,8%. Am höchsten war er in der Kernstadt und im Stadtteil Blankenhagen, am geringsten in Friedrichsdorf und Isselhorst. Der Stadtname Gütersloh ergibt sich aus den Wörtern Eloha und Guter, also einer gerodeten Fläche im Besitz einer Person namens Gunther. Politik, dem Stadtrat gehören 52 Mandatsträger an. Es sind dies die Bürgermeisterin sowie die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 gewählten Ratsmitglieder, die die folgenden Parteien repräsentieren. Wahlergebnisse Gütersloh gehört zum Landtagswahlkreis Gütersloh II, in dem bei der Landtagswahl 2012 Hans Vois im dritten Anlauf als Direktkandidat gewählt wurde. Zusammen mit Ursula Dobmeier und Wiebke Brems, die über die Landeslisten ihrer Parteien in den Landtag einzogen, ist der Wahlkreis mit gleich drei Politikern in Düsseldorf vertreten. Auf Bundesebene gehört Gütersloh zum Bundestagswahlkreis Gütersloh, in dem 2009 und 2013 Ralf Brinkhaus als Direktkandidat gewählt wurde. Die Wahlergebnisse der letzten Jahre. Aktueller Bürgermeister ist Henning Schulz. Bei einer Wahlbeteiligung von 31,78 Prozent siegte Schulz dafür die CDU antrat in der Stichwahl am 27. September 2015 mit 61,92 Prozent der Stimmen. Der Amtsträger in der Liste der Bürgermeister von Gütersloh mit der längsten Amtszeit ist Emil Mangelsdorf, der 35 Jahre lang von 1874 bis 1908 Bürgermeister in Gütersloh war. 1844 verlief Friedrich Wilhelm IV. als König von Preußen dem seit 1825 mit den Stadtrechten ausgestatteten Gütersloh das bis heute gültige Wappen. Das Logo der Stadt Gütersloh zeigt das Schwungrad des Spinnrads als zentrales Element des Stadtwappens in stilisierter Form. Die traditionellen Stadtfarben grün und weiß wurden durch blau ergänzt. Städtepartnerschaften Gütersloh pflegt mit fünf Städten partnerschaftliche Beziehungen. Unter anderem werden Schüleraustausche und gegenseitige Besuche der Verwaltungsspitzen durchgeführt. Den Anfang machte 1977 die zentralfranzösische Stadt Chateau-Rou. Anlässlich des 35. Jahrestages der Städtepartnerschaft Chateau-Rou-Gütersloh im Jahr 2012 wurde in Chateau-Rou eine Brücke über den Indre die älteste Verbindung über den Fluss in der Stadt auf den Namen Pont-Gütersloh getauft. 1978 kam der englische Verwaltungsbezirk Broxtau hinzu. 1989 die an der Weichsel gelegene polnische Großstadt Grudzionz. 1994 die durch den Kupferbergbau geprägte schwedische Stadt Fallon und 2008 Dekasekunden russische Maschinenbauzentrum RS-Czu. Die Schülerschaft wird durch das Jugendparlament Gütersloh vertreten. In dieses Gremium senden die Gütersloh Herrschulen engagierte Schüler die Aktionen und Veranstaltungen für die Jugendlichen der Deike Stadtplan. Neben dem Jupa gibt es die Gütersloher Junge Union, die Jusos, die Julis, die Grüne Jugend, Linksjugendsolid und die SDAJ. Die Schülerschaft wird durch die Schülerschaft gesetzt.